Hi und herzlich willkommen zu meinem Red Boss Guide zu Laroda im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad. Wie immer zunächst ein Blick auf die theoretischen Fähigkeiten. Der allgemeine Kampfablauf ist hier folgendermaßen. Es sind zwei Phasen bei dem Bosskampf und eine Unterbrechung. Der Boss beschwört hierbei durch diverse Mechaniken den gesamten Kampf über ständig schwarze Feuerflächen, damit der Raum nach einer gewissen Zeit nicht voll mit Feuer übersät ist und der Raid sterben würde, geht es in P1 primär darum, mit Gegenmechaniken die Kampfarena maximal zu säubern, damit man insbesondere für P2, wo ein Reinigen der Feuerflächen nicht mehr möglich ist, den größtmöglichen Platz hat. Der Boss hat zudem bei 100 Energy ein Ultimate und nachdem er dieses Ultimate dreimal gewirkt hat, aktiviert sich die Unterbrechungsphase und Boss geht danach unmittelbar in P2 über. P2 ist dann ein DPS-Race, wo man den Boss töten muss, bevor der ansteigende Schaden nicht behalber ist. Zu den Kernmechaniken ist zu sagen, dass zum Reinigen der Feuerflächen muss man mit einem Samenkorn in der Mitte des Raumes interagieren. Dieses hat zunächst 0 HP, kann aber durch uns oder durch von uns aktivierten Trends hochgehalten werden. Solange das Samenkorn HP hat, können dann maximal drei Spieler dieses Korn anklicken und werden dadurch mit den Samenkorn verlinkt. Solange ein Spieler verlinkt ist, kann er durch die Feuerflächen laufen und diese damit entfernen bzw. löschen. Mit den Trends läuft es zunächst so ab, dass diese vom Boss beschworen werden und uns zunächst feindlich gesinnt sind. In diesem Zustand müssen diese von einem der Tanks eingesammelt werden, wobei der Tank mit einem stackbaren Feuer-Debuff belegt wird. Gleichzeitig müssen die Trends so viel wie möglich gekickt werden und beim Tod darf man nicht in drei Metern Entfernung stehen, da die Trends explodieren. Der Raid muss die Trends nun so schnell es geht töten, denn danach werden die Trends heilbar und sobald sie auf 100% HP Vollgehalt wurden aktiviert. Die Trends laufen dann in die Mitte des Raumes zum Samenkorn und übertragen ihre HP auf das Korn, bis diese vollständig verbraucht ist. So viel dazu. Schauen wir uns einmal die Standardfähigkeiten in P1 an. Der Boss beschwört Wurzeln, die zufällige Spieler fixieren und dabei ständig an Geschwindigkeit gewinnen. Diese Wurzeln müssen schnellstens getötet werden, da sie bei Kontakt einen Spieler für 10 Sekunden festnageln und dabei alle zwei Sekunden Feuerschaden verursachen. Ähnlich wie bei den Trends explodieren auch die Wurzeln bei ihrer Zerstörung in einem kleinen Radius und können im Anschluss daran von den Heilern im Raid wieder hochgehalten werden. Ist die zerstörte Wurzel vollgeheilt worden, entsteht an dieser Stelle ein Baum und innerhalb des Effektbereichs dieses Baumes leidet man vom Ultimate des Bosses 90% weniger Schaden. Das ist also ziemlich wichtig, dass man also diese Wurzeln auch entsprechend spielt. Des Weiteren lässt der Boss regelmäßig Stachellinien erscheinen, die kurz danach detonieren, da darf man einfach nicht drinnen stehen. Und der Boss hat eine Aura, die permanent alle paar Sekunden Schaden auf den Raid verursacht, muss man einfach wegheilen. Die Aura bekommt nach jedem Ultimate zudem ein Stack hinzu, sodass mit Fortschreiten des Kampferlaufs der regelmäßige Schaden auf den Raid immer höher wird. Die Feuerflächen werden durch sämtliche Fähigkeiten vom Boss getriggert. Eine Vermeidung von zusätzlichen Feuerflächen kann man insoweit nur durch das schnelle Töten von den Trends und Wurzeln aktiv beeinflussen, da solange diese Lehmen weitere Fähigkeiten getriggert werden. In den Feuerflächen selbst sollte man natürlich nicht drin stehen und diese mit der Samenkornmechanik so gering wie möglich halten. Zu den Tankmechaniken gilt hier noch folgendes. Die Tanks müssen sich zum einen mit einem regelmäßigen Charge mit einem Knockback auf den aktiven Tank auseinandersetzen. Dies verursacht hohen physischen Schaden, der dadurch verringert werden kann, dass der Tank so weit es geht auf Range läuft. Je länger der Charge schweigt, desto geringer ist der erlittene Schaden. Zudem hinterlässt der Charge einen Debuff auf dem Tank, welcher den erlittenden physischen Schaden um 50% erhöht, wobei der Debuff mit zunehmender Dauer immer schwächer wird. Nach Charge sollte man also unmittelbar den Boss abspotten. In der Unterbrechungsphase ist es dann so, nachdem der Boss dreimal sein Ultimate gecastet hat, wirkt er für 16 Sekunden einen hohen Rate AOE und versucht alle Spiele an sich heranzuziehen. Innerhalb von drei Metern um den Boss herum erleidet man zusätzlichen Feuerschaden, das muss dann also weggehalten werden. In P2 ist es schließlich so, dass der Boss Kugeln beschwört, die vom Himmel her herabfallen und von unseren Spielern aufgefangen werden müssen. Wird eine Kugel nicht aufgefangen, wird stattdessen ein Rate AOE gewirkt und alle Spieler im Raid werden mit einem permanent stackbaren Chance-Debuff belegt. Zudem gibt es Heat-Up-Drop-Debuffs, auch zufällige Spieler, es gibt Tornados, denen man ausweichen muss. Trends erscheinen am Rand der Kampfarena und laufen in die Mitte auf dem Boss zu. Wenn getötet, explodieren diese in drei Metern natürlich auch wieder und dann lassen zusätzlich eine neue Feuerfläche an der entsprechenden Stelle. Die Trends müssen entweder fokussiert werden und im bereits bestehenden Feuer getötet oder besser in CC genommen werden. Da kann man dann also auch eine entsprechende Einteilung machen. Und last but not least, alle Spieler im Raid werden ab P2 mit einem schadenverursachenden Feuer-Debuff belegt, welcher regelmäßig mit weiteren stacks ansteigt. Das ist also eine Art Soft Enrage. Die Tanks müssen sich jetzt noch in dieser Phase mit einem kegelförmigen Frontal auseinandersetzen. Dieser verursacht massiven Feuerschaden und hinterlässt einen Debuff, welcher die Heilung für mehrere Sekunden um 100% reduziert. Der Tank kann sich in dieser Zeit nur wieder vollheilen, wenn er in die Nähe von anderen Spielern läuft, wodurch im Effektbereich diese ihre HP auf den Tank übertragen. Ich wollte an dieser Stelle dritter Boss von einer Zerstörer in Schloss Natharia. Da hatten wir schon mal dieselbe Mechanik. In Heroic gibt es noch einige weitere Änderungen, auf die wir gerade noch mal kurz hier eingehen, da das Video auch den heroischen Modus zeigt. Die Stacheln lassen mehrere Feuerkugeln entstehen, die sich auf den Boss zubewegen. Kommen wir mit dieser Kugel in Kontakt, wird dann mit einem Buff belegt, der die kritische Trefferschance um 20% erhöht. Gleichzeitig erleidet man jedoch Feuerschaden alle 2 Sekunden. Erreicht die Kugel den Boss, wird dieser hingegen gebuft, was seinen Feuerschaden um 20% erhöht. Anders als auch von Spielern ist dieser Effekt auf den Boss stackbar. Lange Rede kurzer Sinn. Kugeln durch die Spieler socken lassen und Kugeln den Boss nicht erreichen lassen. Spieler, die das Samenkorn benutzt haben, können sich für 5 Minuten nicht wieder mit diesem verbinden. Das heißt also, APAC wird hier für eine Rotation notwendig. Und die Wurzeln, die Spieler verfolgen, können erst anvisiert und zerstört werden, wenn diese mit der Samenkorn-Mechanik in Rührung kommen sind. Die Trends MP2 hinterlassen bereits beim Laufen eine Spur von den Feuerflächen hinter sich. APAC ist also umso wichtiger, dass die Trends bereits in den bestehenden Feuerflächen in CC genommen oder getötet werden. Und auch die Tanks bekommen in AC eine neue Herausforderung hinzu. Hier ist es dann so, dass der Charge eine massive Raid-Explosion auslöst, wobei der Schaden geringer wird, je weiter der Tank vom Raid entfernt steht. Das heißt also, der Tank muss APAC immer so weit es geht in die bestehenden Feuerflächen laufen und den Charge dort weit weg vom Raid detonieren lassen. Ja, ihr seht schon hier, der sechste Boss, deutlich mehr Mechaniken als bei den anderen Bossen noch zuvor. Insoweit schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal einmal in der Praxis an. Man sieht jetzt hier schon, der Bossraum ist von Beginn an schon mit sehr vielen Feuerflächen überall belegt. Die den Platz schon ziemlich klein halten. So, und dann spawnen hier, wie gesagt, diese Trends, die uns jetzt zunächst einmal feindlich gesinnt sind, ganz am Anfang. Diese Trends müssen jetzt also von uns schnellstmöglich downgenuket werden. Dann sind diese Trends von uns besiegt worden, können diese jetzt durch die Heiler vollgehalt werden und hat die Heilung auf 100% Erfolg. Man sieht es hier dann gleich, laufen die Trends in die Mitte zu diesem Samenkorn hier und beginnen jetzt hier mit Nature's Gift, dieses Samenkorn vollzuheilen. Dadurch können, wie gesagt, die vorher auserwählten Spieler, drei Stück, mit diesem Samenkorn hier in der Mitte interagieren und dann beginnen, das sieht man hier jetzt sehr schön, diese bereits in der Mitte ausgewucherten Feuerflächen sozusagen zurückzusaugen. Achtet mal da drauf hier, zack, zack, zack. Und wir haben dann wieder mehr Kampf in der, oder mehr Platz in der Kampfarena. Hier ist, wie gesagt, einmal diese Wurzel jetzt gespawnt. Dadurch, dass wir hier in Roche spielen, mussten wir jetzt quasi diese Wurzel erst aktivieren, dass sie angreifbar wird. Auch mit dieser Mechanik hier, mit dieser Samenkorn-Mechanik, die Wurzel wird jetzt schnell von uns zerstört. Dadurch entsteht jetzt an dieser Stelle der Baum, der jetzt auch nochmal vollgehalt werden muss, um uns quasi vor den Ultimate zu schützen. Ansonsten müssen wir jetzt parallel, oder Wurzel ist parallel schon eine ganze Zeit lang diese Standard-Mechaniken gespielt. Hier zum einen diese Stachellinien, aus denen jetzt, da wir uns in der C befinden, hier diese Kugeln spawnen, die jetzt von uns Spielern aufgesaugt werden müssen. Dürfen den Boss nicht erreichen. Die aufsauenden Spieler werden dadurch gebufft. Hier ist jetzt das Raging Inferno, 100 Energie. Der Boss castet sein Ultimate. Dadurch, dass wir aber hier die Wurzel getötet und dadurch den Baum gezüchtet haben, sind wir jetzt von diesem Schaden geschützt. Man sieht es hier, alle stehen da drin und da leiden kaum bis moderaten Schaden. Hier ist wieder dieser Charge, Furious Charge, auf den Tank. Wie ich schon mal sagte, durch die Explosion ab AC sollte der Tank jetzt immer, soweit es geht, in die bereits entstehenden Feuerflächen hineinlaufen, um halt den Raid-Schaden zu minimieren. Zack. Ist auch da gemacht worden. Das ist im Endeffekt dann die ganze P1. Hier spawnt jetzt wieder eine neue Runde von der Trance. Die muss wieder getötet werden, vollgeheilt werden. Dann wird der Samenkorn aktiviert. Durch den Samenkorn können auserwählte Spieler wieder die Feuerflächen zurückdrängen. Und wie gesagt, wenn der Boss sein Ultimate dreimal gecastet hat oder aber vorzeitig, man sieht es hier, ich glaube es sind um die 35, 33, 34 Prozent erreicht, dann wird P2 vorzeitig getriggert. Sonst würde ja quasi letztendlich P2, wenn man genug Damage dabei hat, überhaupt niemals entsprechend zur Geltung kommen. Das heißt also, entweder dreimal das Ultimate casten, wenn man zu wenig Damage dabei hat, oder halt die 35 Prozent Schwelle erreichen. Dadurch geht jetzt der Boss hier, wie gesagt, in diese Zwischenphase, verwandelt sich dabei und wirkt massiven Raid-Schaden auf die Gruppe. Deswegen jetzt hier gerade auch mit allerhand Dev-CDs versucht wird, den Schaden aufzufangen. Hier nochmal ein Spirit-Link. Consuming Flame, 16 Sekunden. Er ist jetzt durch. Und dann sieht man es auch hier optisch, wenn man jetzt mal auf den Boss achtet. Der ist jetzt hier komplett nicht mehr farblich, sondern komplett so in Asche gehüllt. Deswegen heißt er jetzt auch Avatar of Ash. Und ja, macht jetzt halt diese ganzen anderen ehemisch-schriebenen Fähigkeiten in P2. Falling Embers, das sind diese Kugeln. Wie gesagt, muss man sich jetzt reinstellen, um zu verhindern, dass eine Kugel auf dem Boden aufschlägt und dadurch den Red vibed. Hier werden jetzt die Trends im Außenbereich entsprechend getriggert. Wenn ihr jetzt hier ganz schön CC-t, dürfen auf jeden Fall jetzt nicht diesen inneren Bereich erreichen, um halt weitere Feuerflächen zu machen. Das ist hier dieser Debuff, der rausgetragen werden muss. Es werden wieder die Kugeln entsprechend gesorgt. Ja und hier, das ist jetzt nicht ganz so schön. Man sieht hier, die Trends laufen einfach hier jetzt blind in die Mitte rein. Siehen diesen Schweif hinter sich hier ab, HC. Aber gut, da der Boss auf 5% ist, wird das jetzt mehr oder weniger von uns auch ignoriert. Und wir hauen den Boss jetzt um, bevor uns das hier noch irgendwie gefährlich werden kann. Ja und das ist im Endeffekt alles. Ich denke, das Wichtigste bei dem Bosskampf ist, einmal diese Trendmechanik zu verstehen. Und dass man über die Wurzelmechanik auch sich diesen Baum triggern muss. Wenn man das dann entsprechend hier mit diesem Samenkorn in der Mitte einmal richtig verstanden hat. Dann hat man hier bei dem Bosskampf schon viel gewonnen. Und dann sollte der Boss letztendlich auch kein Problem sein, ehe es dann zu den letzten drei Bossen in diesem Raid geht. Die natürlich dann entsprechend auch nochmal deutlich mehr können, als wir bislang hier in diesem Raid gesehen haben. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gilt. Wie immer der Aufbau an dieser Stelle, wenn euch der Content gefällt, den ich so mache, lasst auch einen Follow da. Und insoweit würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye.